Die Befreiung von Franz Hohler aus dem Buch Die Karawane am Boden des Milchkrucks Groteske Geschichten Da bin ich, rief der Prinz, als er mit seinem Schwert im Dornenhain auftauchte. Komm mit! Wohin, sagte die Prinzessin und richtete sich langsam von ihrem Lager aus Jutesäcken auf. In die Freiheit, rasch, sagte der Prinz, indem er sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht wischte. Ich habe mir, als ich den Drachen wegfliegen sah, einen Gang durch die Dornen gehauen. Komm mit, bevor er wieder da ist. Wieso? fragt die Prinzessin. Wie kannst du so etwas fragen? sagte der Prinz. Draussen ist die Freiheit, das Leben, die Freude. Du kannst wieder in einem richtigen Bett schlafen, dich waschen und kämmen und schön anziehen. Und er blickte auf die Bettstelle der Prinzessin und auf ihr zerrissenes Kleid, unter dem überall die Haut zu sehen war, mit einem rötlichen Ausschlag, der über den ganzen Körper zu gehen schien. Ich liebe den Drachen, sagte die Prinzessin. Der Prinz war fassungslos. Was? Dieses garstige, ruppige, schuppige Vieh? Ja, sagt die Prinzessin. Er kann fliegen, und wir lieben uns immer in der Luft. Das Gefühl, wenn ich hoch oben schwebe, mich an ihn klammere, und er mir sein feuriges Glied zwischen die Schenkel treibt, ist unbeschreiblich. Es gibt doch noch anderes, sagt der Prinz. Ja, sagt die Prinzessin, aber es ist alles nichts gegen dieses eine Gefühl. Und sie sah ohne Mitleid zu, wie der Drache, der soeben zurückgekehrt war, den Prinzen zertrat. Komm, sagt sie zum Drachen, komm, wir wollen fliegen. Sie umarmt ihn, und zusammen erheben sie sich in die Luft. Komm, sagt sie zum Drachen, komm, wir wollen es nicht verhebt. Vielen Dank.